Einen wunderschönen guten Tag, den wir nun jetzt bekommen in einer neuen Folge von Star Wars Outlaws. So, wir brauchen eine neue Konfiguration für den Blaster, ha? Mal hier. Schnell. Eine improvisierter Blaster-Modul-Konfiguration, die leichtere Plasmaschüsse mit einer höheren Feuerrate abfeuert. Okay. Machen wir das mal. Cool. Ja. Die Frage, rüsten wir das aus? Ja. Okay. Jetzt? Muss er jetzt machen? Na ja, mein Journal. Äh. Zurück zu Tyro. Kesselsabak. Hier haben wir noch ganz viel Aufnahmen. Imperiale. Ja, das ist der Imperial- und Kommunikationsstation. Und er macht es wieder. Sonst noch so? Schnellschussabzug. Ding für Rauchbomben. Das habe ich vergessen mitzunehmen. Da bei der realen irgendwas Station. Das haben wir vergessen. Okay, dann holen wir uns das. Komm. Ey. The fuck. Ding besoffen. Komm, wir gehen. Wir gehen. So, wann kann ich den Boost machen? Jetzt. Und dann? Oh, scheiße. Ich glaube, das ist der falsche Weg, ne? Ja, wobei... Könnte doch wichtig sein, oder? Wo geht das? Oh ja. Imperium ist Territorium. Die können nicht mal da vom Imperium. Na, komm. Na, komm. Komm hier hoch. So. Äh. Nee. Komm ich irgendwo hier hoch? Warte mal. Warte mal. Wenn mal hier so. Oh shit. Okay. Ich glaube nicht, dass es das ist. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oder vielleicht doch. Oh, lass mich in Ruhe da. Warte mal. Gehen wir mal hier rein. Komm. Äh. Warte mal. Bin gerade ein bisschen überfragt, ne? Aber suchen wir einfach. Wenn wir nie eine Rauchbombe herstellen können, wäre doch das super. Ich hoffe mal zu unserem Ziel. Hm. Eingestürzter Hügel. Frage ist, das Ding... Also runterspringen will ich nicht, weil... Unsere Kollegin Kay Wes tot. Das, äh... Möchtet man nicht. Ja. Können wir irgendwie runterkommen. Wäre glaube ich cool, ne? Gekleiter eingeschränkter Bereich. Ja, aber... Sind da sonst durch. Ah, ganz schön windig. Bleib bei mir, Lex. Okay. Da, komm. Vorsicht, Lex. Wir haben Gesellschaft. Gut. Was denn? Ach, scheiße. Okay. Aber ist cool, das neue Modul. Das neue Modul ist, äh... Glaub ich, sehr nützlich, ne? Ist aber die Frage... Ist aber die Frage... Gibt sie irgendwie hoch? Ich glaube, nein. Ähm. Für was war ich denn jetzt gerade hier hinten? Ach doch, hier kann ich hochklettern. Guck mal. Sehr gut. Ja, komm. Nix. Achte auf den Wind. Lass dich bloß nicht wegwehen. Das wäre nicht so gut, ne? So, ist brav. Ähm. Aber die Frage... Ach so. Frage beantwortet. Ja, komm. Wunderbar. Ich schätze auch, ja. Kann ich hier... Ne, ich kann den Gleiter hier auch nicht benutzen. Okay. Bei meinem gestürzten Hügel. Oder ansonst? Oh, shit. Das Gleist. Äh, okay. Und aber hier nach unten. So, zeigt man ja auch... Hobtuch. Ja, schön, aber... Da weiß man ja immer noch nicht, wie man da durchkommt, ne? Also... Wird ich irgendwas kaputt machen oder so? Ah. Nein, scheiße. Ach Gott, dem Himmel. Du musst schneller sein, hä? Du musst ein bisschen schneller sein, wie sie aussieht. So. Komm schon. Gut. Wir kommen der Sache näher. Wird das irgendwie ausmachen? Können wir mal hier nach drüben gehen? Okay. So. Okay. Warte mal. Nix. Und wir müssen gleichzeitig. Das ist doch gut. Sehr schön. Dann mach den Wind mal wieder weg. Danke. Kann ein bisschen Belohnung mitnehmen. Grobtücher. Was ist hier? Krass. Ja, was? Bewachsener Amberin. Aber Mädchen. Ah. Nach oben wollte ich kurz sagen. Aber... Ja, guck mal. Gehen wir mal nach oben. Wo ist denn jetzt? Ah, hier drin wahrscheinlich, ne? Kompressor für Rauchbomben. Guck mal. Hier fehlt jetzt aber noch Polycarbonat. Eine MG2-Energie... Okay. Ja. Doof, ne? Aber der hat noch neue Ausrüstung. Alles, Mann. Nachbarn halten wir eine tröstliche Präsenz. Erhöht die Gesundheit. Ah. Ah, das haben wir ja gerade jetzt bekommen. Okay. Cool. Das ist hier alles neu. Oh Gott. Vieles. Was mich nicht interessiert. Wertgegenstände. Schön und gut. Das kann man dann verkaufen irgendwo. Bestgegenstände habe ich auch noch. Hm. Okay. Ja, mir fehlt die Zeit noch ein bisschen Material. Aber... Was soll's? Wir sind draußen. Die sind mein Gleiter. Guck mal. Cool. Ähm... Was haben wir sonst noch so? Karte anzeigen beim Typhon-Felsen. Okay. Das hier ist... Keine Ahnung. Können wir das als nächstes machen, ne? Gehen wir zurück nach Yauntas Hoffnung. Ja. Wetten wir mal hier hoch, wenn's geht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Sag ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.